Das war's für heute. Der Kreisel. Hi Fall Crusader. Hallöchen. Wie geht's? Hey, danke für die Bits. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade, du bist Bitleader 2. Grades bei mir. Yay, okay, das war super awesome. Das war cool. Oh mein Gott, doch die halbe Map katapultiert. Ziemlich witzig. Nein, shit. Okay, halb so schlimm. Halb so schlimm alles. Mir geht's auch gut, danke schön. Alles cool hier. Yes! Oh mein Gott, ist das ein guter Run heute. Wirklich. Erst werden wir an die Spitze katapultiert. Ah, jetzt müssen wir hier aber leider kurz parken. Nein, und gestolpert. Sonst wäre ich als Erster über die Ziellinie gegangen. Bringt, glaube ich, gar nix. Ist, glaube ich, komplett wurscht. Aber schön wär's gewesen. Das war ja mal ein, ein, ein Super Run gerade. Verrückt. Mal schauen, ob wir den Werder-Hop finden. Ah ja, da ist er. Ich drück dir die Daumen. Ich fieber mit. Perfekt. Perfekte Beinarbeit. Oh, oh. Nein. Aber es ist noch kein, kein Stress. Es ist noch genug Zeit. Es sind gerade mal die Hälfte der Leute ins Ziel. Bis, bis sich keiner mehr qualifizieren kann. Da muss man immer einmal drüber springen. Das geht sich anlässlich aus. Mindestens einmal muss man über den Stab springen. Ja, das ist die perfekte Strategie. Ah, und jetzt rüber. Perfekt. Du schaffst es, als einer der Letzten. Oh, mein Gott, ist das knapp. Ist das spannend. Yes. Das war richtig cool. In letzter Sekunde. Der Wolf hinter dir hat es nicht mehr geschafft. Da kommt Spannung auf. Schön, schön. Ganz schön, schön. Als nächstes folgt. Ah, Wippen. Oh, das ist schwierig. Das wird schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Werderhock, als jemand, der das Spiel zum ersten Mal spielt, gebe ich dir hier gleich den Tipp. Lass dich nicht stressen. Alle brauchen super lang, bis die ins Ziel kommen. Du hast alles, alle Zeit der Welt. Bevor du irgendwie blöd in die Schlucht springst oder einen gefährlichen Sprung machst, wart lieber noch ein bisschen länger, bis die Wippe die richtige Position eingenommen hat. Weil ganz viele springen zu früh oder warten nicht lang genug. Eigentlich war das das Gleiche, ne? Und dann haben sie den Salat. Autsch. Ah, ich bin umgefallen. Genau deswegen, ich hätte einen Bauchsprung machen sollen. Dann wäre das nicht passiert. Und Bauchsprung, habe ich vorher schon gesagt. Ganz wichtig. Immer Bauchsprung bei den Wippen. Sobald die auch nur leicht schräg sind, lieber mal einen Bauchsprung. Sobald die auch nicht erzählen, darf ich mit ihr machen. Sobald die auch jetzt irgendwie geserchen. Tschüss. Sobald die auch mit ihr Schraufe. Sobald das, was du in die Schlucht zu stellen. Sobald die auch wieder schrauern. Sobald die auch nicht mehr schräg sind. Sobald die Inhalte sind, die auch glücklich sind. Hibbi! Da ist er! Bei den Wippen bin ich beim ersten Mal komplett verzweifelt. Komplett verzweifelt. Aber das sieht gut aus. Nicht springen! Nicht springen! Springen ist der Feind hier! Nicht springen! Der Spring lügt! Lieber langsam gehen! Ja! Yes! Sehr gut! Cool! Ich werde einfach Fall Guy Coach! Das ist eine gute Idee! Ja! 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 Oh yeah! Jetzt wird es aber... Jetzt wird es ernst. Das ist wirklich super schwer! Das ist so ziemlich das schwerste aktuell finde ich! Ist aber auch echt cool, aber... ...das ist übel! Das ist wirklich nicht leicht! Na dann. Konzentration jetzt. Nein, ich bin umgeschubst worden. Es ist so gemein immer. Das Spiel wäre so schön, wenn die anderen Spieler nicht wären. Äh, puh. Okay. Nein, das gibt's nicht. Ah, komm schon. Das war jetzt doof von mir. Ich war schon fast drüben. Übrigens steigt auch der Schleim von unten. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal runterfalle, dann bin ich raus wahrscheinlich. Aber es ist geglückt zum Glück. Jetzt könnt ihr nochmal die schmierige Schleimstrecke der Hämmer. Wo man super seltsame Traktion hat. Hier darf man sich nur nicht stressen lassen. Dann geht's schon. So. Letztes Hindernis. Und wir haben's geschafft. Oh, das ist echt hart. Aber macht auch echt Spaß, dadurch, dass es so hart ist. Das ist echt gut. Und Runde beendet. Der Schleim ist schon ziemlich hoch gestiegen. Das haben nicht viele geschafft, glaube ich. Sieben sind noch übrig. Geht jetzt wahrscheinlich eh schon ins Finale. Das ist cool. Das mag ich wirklich gerne. Das ist aber auch wirklich schwer und gemein auch. Aber das ist toll. So was finde ich... So macht Spaß. Aha. Und schon wieder. Hey, wir hatten heute nur, oder? Seit zwei Stunden fast haben wir nur dieses Weghexen im Finale. Nur. Immer. Interessant, interessant. Diesmal lasse ich mich ganz viele Stufen nach unten fallen. Weil ich habe das Gefühl, das könnte eine Taktik sein. Die funktioniert vielleicht. Zwei. Drei. Vier. Ich glaube, einen nehme ich noch. Okay. Jetzt ist Schluss. Jetzt fange ich hier an abzugrasen. Ich komme eh noch mindestens zwei Ebenen. Das dürfte schon hoffentlich passen. Mal schauen, ob ich zu tief gefallen bin. Bis jetzt kommt keiner. Bis jetzt bin ich alleine hier unten. Und die Fläche wird schon langsam wenig. Ah, guck. Da fällt schon der erste in meine hinterhellige Falle. Hinterhellig? Ganz genau. Aber mir geht jetzt hier der Boden aus. Und die anderen sind noch... Hm. Wow, da hat es echt einer hierher geschafft. Nicht schlecht. Oh oh. Jetzt wird mir mein teuflischer Plan hier bald zum Verhängnis. Letzte Ebene. Oh, drei ausgeschieden. Nur nach drei im Rennen. Und alle auf der untersten Ebene jetzt. Ja, vorletzte. Sehr schön. Der Schleim steigt, ja, das stimmt. Also hier nicht beim vorherigen. Wie spinnt es denn jetzt? 51. Machen wir noch eine Runde vor, guys. Noch eine Runde und dann spielen wir noch ein bisschen The Last of Us, bevor es dann zu spät wird. Und weil ich möchte schon um drei Viertel zehn ungefähr dann den Stream kurz unterbrechen, weil ich muss umbauen, damit ich dann die Sony-Pressekonferenz die State of Play glaube ich restreamen kann. Da muss ich ein bisschen umbauen und dann gibt es immer wieder kleine Probleme. Deswegen will ich da lieber schon um drei Viertel Schluss machen mit dem Stream. Also kurz Pause machen. Aber eine Runde machen wir noch. Oh, jetzt wird das Bild hier aber schon sehr... Ich, ich, ich schimmer. Das ist der Glamour. Ja. Sollte die das Spiel mal Fahrzeuge einführen? Ich meine, könnte ja sein, dass man auch so kleine Autorennen macht, so kleine Go-Kart-Rennen oder so was. Dann fände ich es total cool, wenn die sowas wie, wie die Flat-Out-Mini-Spieler einführen. Dass man mit den Autos über irgendwelche Schanzen fährt und dann seine, seine Figuren so weit wie möglich katapultieren muss oder sowas. Das hat immer viel Spaß gemacht. Das könnte ich mir auch sehr gut für so ein Spiel wie das hier vorstellen. Weitschuss. Keine Ahnung. Aber da musste man bei Flat-Out, falls ihr es nicht kennt, falls euch das nicht sagt, immer über Schanzen fahren und dann quasi in der Luft vorne deinen Fahrer aus der Windschutzscheibe rausschießen und ihn so weit wie möglich schießen. Das war einer von den total abgedrehten Minispiel-Modis in Flat-Out. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ah, ich versuch's nochmal. Yes. So funktioniert es ganz gut schön. Langsam kriege ich es raus, wie man den Sprung schafft. aufgrund Was ist die 1 2 2 1 1 2 2 1 2 Ich finde den Wetterhawk gar nicht, ist schon im Ziel anscheinend. Cool. Ausgezeichnet. Und was wird diesmal? Das war jetzt die erste Runde. Dadurch, dass die Runden so schnell aufeinander folgen, komme ich immer ganz durcheinander. Aber ich glaube, das war jetzt die erste. Oh, die wippen schon wieder. Ha! Oh, die wiederholt sich so viel, ne? Irgendwie. Aber cool, ich mag die wippen eh. Das war knapp. Überall Nummer 4, discourse 6! Das ist der erste. Oh, das war die Zeit. Und wie So, auf Richtung Finale. Da! Get shuffed. Oh, das haut schon noch hin. Das wird ein bisschen knapp. Ah, nein. Schade. Ich glaube, jetzt wird es eng. Schade. So knapp. Gemeinheit. Ein paar Millimeter, Mensch. Wirklich gemein. Ah, ja. Das ist Ringehechten. Das ist auch nett. Das ist mir von den Teamspielen fast noch am liebsten irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich einfach irgendwie kein Multiplayer-Freund bin. So komisch das klingt, wenn ich das Spiel gerade spiele. Aber hier macht so jeder sein Ding. Jeder versucht fürs Team so viel wie möglich zu sammeln. Aber man muss nicht direkt kooperieren oder so. Ich glaube, das mag ich einfach lieber. Mein eigenes Ding so machen. Au, aber wenn ich mich damit doof anstelle. Er hat mich vorbei. Ja. Allen den Ringe von der Nase weggehechtet. Sehr schön. Ist zu langsam. Nein, das wäre ein goldener Ring. Mensch, eh, beinah. Der dreht sich nämlich und ist dadurch extra schwer. Aber der wurde mir weggeschnappt von der Nase. Gemeinheit. Ah, dammit. Ah, dammit. Ah, das war seiner. Nicht meiner. Schade, schade. Wo sind Ringe? Ich brauche Ringe. Ja, der zählt noch gut. Obwohl es eher ein Headbutt an den Ringrand war. Aber es passt schon. Yes. Sieht gut aus. Souveräne Führung für unser Team. Wunderbar. Ja. Ja, aber das mit dem Wippen ist wirklich schwer, Pferderhock. Ich hatte da beim ersten Mal, bin ich total verzweifelt. Und dann habe ich rausgefunden, dass dieses Hechten echt sinnvoll ist. Das hat viel geholfen. Aber selbst dann ist es immer ein bisschen tricky. Weil man muss dann, man kriegt auch so ein Gefühl dafür, wie sich dann die Wippen verhalten nach einer Zeit. Das ist alles immer nicht so leicht. Oh, guck. Oh, guck. Danke schön fürs Folgen. Hi. Willkommen. Das ist wirklich nicht leicht. Oh, das wieder. Zwölf Finalisten. Warte mal, zwölf können sich qualifizieren. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel wir sind. Kommt schon, lass mich durch. Ich bin, ja, ich bin wagemutig. Und irre. Cool, drei Felder gefunden. Kommt schon, einfach weiterspringen. Ah, Mist. Hätte ja sein können. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist der Weg schon ziemlich weit vorne. Jetzt sollte man vorsichtig sein. Nein, ah, Gemeinheit. Ah, das sieht nicht gut aus. Nein, da komme ich nicht mehr ins Ziel. Oh, doch noch. Das war aber knapp jetzt. Ein schönes Community-Spiel. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppen sein können, die man zusammen machen kann. Meint ihr, man könnte da auch theoretisch zu 60 ein ganzes Spiel kapern für sich? Also theoretisch. Weil bei mir wurde vorher angezeigt, dass ich nur drei Leute einladen kann. Vielleicht kann man wirklich nur in maximal vierer Teams oder so zusammenspielen. Keine Ahnung. Oh, Wettrennen um die Krone. Das ist immer super schwer. Zwölf, zwölf Finalisten. Nur einer kann gewinnen. Ich werde mein Bestes geben. Aber, mal schauen. Aber das ist cool. Cool, dass wir das Rennen noch mal sehen am Schluss. Weil wir hatten bis jetzt immer diese Hex, Hexel, Hexagon, Hex, Hexagon. Wo soll ich als letzter starten? Das ist schon gemein. Ich fühle mich diskriminiert. Und dann falle ich auch noch um. Aber wird schon kein Bock mehr. Komm schon. Es ist erst vorbei. Jetzt kriege ich noch einen Klaps hinten drauf. Erst vorbei. Ah. Der erste. Komm schon. Das Spiel ist echt gemein zu mir gerade. Erst vorbei, wenn jemand die Krone berührt, will ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Aber ein Dino-Guy ist leider noch vor mir da. Ah, nein. Ich dachte, ich habe sie. Aber irgendwie war scheinbar doch noch schneller. Oh, das war so knapp. Schade, schade. Shadow Titan war eine Millisekunde schneller als ich an der Krone. Ein spannendes Finale. Sehr cool. So. Bei mir ist es jetzt mittlerweile stockfinster, sehe ich gerade. Ähm. Machen wir kurz fünf Minuten Pause. Ich hole die Katzen rein. Und mache hier drin Licht an. Und dann spielen wir noch ein bisschen The Last of Us 2. Bevor es dann, wie gesagt, so drei Viertel ungefähr. Äh. Drei Viertel zehn baue ich dann eben um. Okay, cool. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ist auch wirklich ein nettes Spiel. Macht wirklich Spaß, finde ich. Na schön. Dann bin ich gleich wieder da. Ich such gerade schnell den Pausenknopf. Äh, das Pausenbild. Dann bin ich jetzt. Vielen Dank.